FALTER-Radio, der Podcast mit Raimund Löw. Sehr herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zum FALTER-Talk für Donnerstag, den 21.03.2019. Wir sprechen in dieser Folge über den Islamismus-Disput. Wie stark ist die vom SOS-Mitmensch angeprangerte Islamfeindlichkeit von Türkis-Blau in Österreich? Es geht um die Frage, ob es wirklich eine gute Idee ist, eine Dokumentationsstelle zum politischen Islam einzurichten, wie das die Regierung vorschlägt. Aufgezeichnet wurde dieses Gespräch über Islamfeindlichkeit und Islamismus in Österreich vor dem terroristischen Massaker eines rechtsextremen Rassisten gegen zwei Moscheen in Neuseeland, das 50 Tote gefordert hat. Bei den Fragen, die ich mit meinen Gästen diskutiere, geht es vornehmlich, aber eben nicht nur, um die Entwicklung in Österreich. Sehr herzlich willkommen, meine Damen und Herren, im FALTER. Unser Thema heute ist der Islamismus-Disput. Wir wollen versuchen zu erklären, was es bringen kann, wenn eine Dokumentationsstelle zum politischen Islam eingerichtet wird, wie das die türkis-blaue Regierung will. Andererseits wollen wir auch über anti-islamische Vorurteile in Österreich sprechen. Ich begrüße sehr herzlich den ÖVP-Abgeordneten Martin Engelberg. Willkommen. Danke. Bevor wir über dieses Thema Islamismus sprechen, Sie waren mit dem Bundeskanzler im Weißen Haus bei Donald Trump vor ein paar Wochen, haben mit dem Schwiegersohn des Trumps, dem Jared Kushner gesprochen. Ihr Eindruck, fürchten sich die Europäer zu Unrecht vor der Willkür dieses amerikanischen Präsidenten? Man hat doch das Gefühl, da ist ein chaotisches, unberechenes Paares Weißes Haus. Oder hat sich das eher bestätigt? Also grundsätzlich glaube ich, dass ein persönlicher Eindruck wie immer ein anderer ist als der, den man in der Öffentlichkeit mitbekommt. Und ich glaube, dass es da auch eine gewisse Kollusion der Aversion, glaube ich, der offenbaren Aversion des Präsidenten mit der Aversion der, sagen wir, verbreiteten Medien gegenüber ihm gibt. Also das glaube ich, er vielleicht auch schlechter rüberkommt, als es notwendig wäre. Aber auf der anderen Seite, ich gebe keinen Zweifel, dass es da eine sehr harte Position gibt. Also auch in dem Gespräch mit ihm, also ich hatte das Gefühl, da war ich dabei, ja. Und ich hatte das Gefühl, das ist schon Wahlkampf, ja, also der ist ja in zwei Jahren, also nicht weniger als zwei Jahren. Und das heißt, die Wahlkampfthemen ist ganz klar, Wirtschaftswachstum ist super, Arbeitslosigkeit ist sozusagen ganz gering. Und wir machen uns jetzt drauf und dran, China in die Knie zu zwingen und Europa in die Knie zu zwingen. Für Trump sind ja Außenfeinde immer sehr wichtig gewesen. Und zu den Außenfeinden, für ihn haben auch gehört Moslems, Terroristen, das sieht er sehr ähnlich. Gibt es hier Parallelen zu den Warnungen, die man in Österreich hört vor politischem Islam, wie das von türkisblau kommt? Ich sehe es anders mit den Außenfeinden. Ich sehe es so, dass ich das Gefühl hatte, auch Amerika, doch glaube ich recht gut kennend, dass er die Themen von weiten Teilen der Bevölkerung trifft. Und da ist ungefähr die Haltung, wir Amerikaner halten immer überall in der Welt den Kopf hin. Alle anderen bedienen sich unseres Schutzschirms. Wir sind die Weltpolizisten, kriegen immer einen am Kopf, unsere Burschen fallen. Wir zahlen alles. Damit ist jetzt Schluss. Ja gut, aber es hat diese Einreiseverbote gegeben, eine Reihe von Staaten, die islamische Staaten sind. Das war Gericht gewesen. Das war doch schon, Anti-Islamismus ist schon ein starkes Thema für Trump, oder? Aber das Interessante ist, dass das ja jetzt irgendwie gar nicht mehr so ein Thema ist. Es war natürlich Amerika unter dem Eindruck der Anschläge und auch in Europa. Ich denke, man sollte schon auch diese Realität anerkennen, dass es sozusagen eine begründete Angst auch gab. Es gab in Amerika diese große Angst, dass einfach die Grenzen zu offen sind. Und ich denke, auch in Europa gibt es weiterhin eine nicht ganz unbegründete Angst. Es gibt auch gewisse Parallelitäten. Ich freue mich, dass Ruth Wodak gekommen ist. Hallo. Guten Tag. Ruth Wodak ist Linguistin, Autorin vieler Studien, vieler Bücher. Sie hat für die NGO SOS Mitmensch gemeinsam mit anderen eine Studie über Islamfeindlichkeit in Österreich erstellt. Wie verbreitet ist dieses Phänomen, Islamfeindlichkeit? Also dieser Studie zufolge, die ich übrigens nicht mitgemacht habe, sondern nur als Expertin zum Kommentar eingeladen war, gemeinsam mit Anton Pelliker und dem Historiker Mellicher. Dieser Studie zufolge ist es sehr verbreitet und das bestätigen auch junge Muslime und Musliminnen, mit denen ich gesprochen habe und die eigentlich täglich in dem Sinn Alltagsrassismus erfahren. Und da ich selbst auch im Alltag sehr häufig Antisemitismus erfahren habe und weiterhin erfahre, kann ich das sehr gut nachvollziehen, was es heißt, dieses Ausgrenzungsgefühl vermittelt zu bekommen. Diese Studie von SOS Mitmensch ist hervorragend gemacht, sehr wissenschaftlich, sehr gut dokumentiert, sehr viel Material, sowohl Bild wie Text gesammelt. Und die Studie bezieht sich ausschließlich auf die FPÖ und ausschließlich auf das Jahr 2018. Die SOS Mitmensch hat 20 Kampagnen dokumentiert. Es gibt möglicherweise auch mehr, aber 20 sind dokumentiert in Wort und Bild. Und darunter fallen rezente Slogans und Kampagnen wie die Kürzung der Kinderbeihilfe für Ausländer, Migranten aus europäischen Staaten, wo die Kinderbeihilfe dem Lebensstandard dort angepasst. Nicht unmittelbar mit Islam was zu tun. Genau, aber darauf komme ich jetzt zu sprechen. Das Bild hat jedoch ein Mädchen aus Uganda gezeigt mit einem Kopftuch und sozusagen dunkler Hautfarbe. Und offenbar wurde genau dieses Bild einer Frau mit Kopftuch und dunkler Hautfarbe verwendet, um zu legitimieren, dass man Kindern aus Rumänien, Bulgarien, Ungarn, der Tschechischen Republik und der Slowakei und Polen das Geld nicht in derselben Höhe zahlen will. Also in meinen Augen war das eine Instrumentalisierung antimuslimischer Einstellungen, um etwas zu begründen, was letztlich dem EU-Recht entgegengesetzt ist. Das ist das Spannungsfeld, in dem wir hier diskutieren. Ich freue mich, dass der Historiker Gerhard Baumgartner ist. Guten Tag. Gerhard Baumgartner ist Chef des Dokumentationsarchivs des österreichischen Widerstands, eine hoch angesehene Institution, die jetzt auch als Vorbild der Regierung für diese geplante Dokumentationsstelle zu Islamismus und dem politischen Islam zitiert wurde. Wie gefällt Ihnen diese Rolle? Ja, ich muss erstens sagen, wenn wir als Vorbild genannt werden, dann freut uns das. Wir sehen das als eine Anerkennung unserer jahrzehntelangen Arbeit. Das ist die eine Seite. Ja, es ist ja so, dass das DÖF eigentlich schon relativ lange mehrere Formen sozusagen von migrantischem Extremismus auch beobachtet. Ja, also zum Beispiel die Grauen Wölfe. Das ist eine türkische Gruppe, die wir schon lange sozusagen auf dem Radar haben. Wir haben sogar mal versucht, ein Projekt dazu zustande zu bringen, das aber nicht geklappt hat. Wir haben mit dem Ausdruck politischer Islam haben wir allerdings ein Problem. Wir glauben, dass das irreführend ist. Ich sage jetzt nur ein Beispiel. Eines unserer großen politischen Themen zur Zeit in den letzten Jahren war das Treffen von Ustascher Faschisten in Bleiburg. 30.000 Leute, immer angeführt von einem katholischen Bischof. Und es würde doch niemandem einfallen, zu sagen, das ist politischer Katholizismus. Also ich glaube, das ist eine Irreführung. So kann man es nicht sagen. Das führt eigentlich tendenziell vielleicht genau in diese Richtung, dass man hier eine ganze sozusagen Religion, eine ganze Gruppe, ich selbst komme auch aus einer religiösen Minderheit, also ich bin ein Protestant, es ist nur halb so viel, wie es Muslime gibt, aber dass das eigentlich sozusagen schon zu einer Verdächtigung der gesamten Religionsgruppe führt. Und das, glaube ich, wäre falsch. Ich begrüße Omar al-Rawi, hallo. Omar al-Rawi ist Vorsitzender der Gemeinschaft muslimischer Österreicherinnen und Österreicher. Initiative war lange in der islamischen Glaubensgemeinschaft. Aktiv ist es auch noch und ist sozialdemokratischer Gemeinderat in Wien, aber natürlich kein Sprecher der SPÖ. Wie ist das politischer Islam? Man kennt das als Kampfbegriff, aber jetzt bei den Moslems in den islamischen Organisationen, wie wird das aufgefasst? Ja, das ist auch sehr schön gesagt von Herrn Baumgartner. Was versteht man darunter? Ich glaube, dass das wissenschaftlich nicht wirklich genau aufgearbeitet und thematisiert worden ist. Wo liegt die Bandbreite? Sind das die IS-Kämpfer? Ist das jeder Moslem, der politisch aktiv ist? Ist das die Regierung in Marokko, in einer Monarchie, die mit den Kommunisten in einer Koalition sitzt? Sind das die, die im Parlament im Tunesien sitzen? Sind das die Iraker? Wie verhält es sich mit dem Iran? Interessanterweise wird so in dem schiitischen Bereich das nicht verwendet. Wie schaut es aus in Indonesien und Malaysien, wo dort zwei ganz große Gruppierungen, Haddad Al-Olamar, ein Teil des politischen Establishments. Ich glaube, dass das einfach ein Versuch auf die Ressentiments, der Muslime zu reiten und Stichwort Protestantismus. Karfreitag wird nicht eingeführt, damit die Muslime keinen Feiertag bekommen. Karfreitag wird abgeschafft, sagte Herr Vizekanzler, damit die Muslime keinen Feiertag haben. Sollen Sie einen Feiertag haben? Was ist Ihre Meinung? Meine Meinung wäre eine ideale Lösung, einen zusätzlichen Urlaubstag für alle, einen Variablen, den die Orthodoxen, die jüdische Gemeinde, die Muslime, die Protestanten, Menschen ohne Bekenntnis diesen einen Urlaubstag zusätzlich konsumieren können. Man kann es auch als einen freiwilligen Feiertag nennen und wenn er nicht konsumiert, verfehlt er. Über das kann man auch reden. Der muss ja nicht sozusagen kumuliert bis zu Benzungen. Und auch sozusagen gläubige Muslime in Anspruch nehmen können. Ja, und auch nicht gläubige Muslime. Ich glaube, das ist ja oft ein Feiertag, auch von Säkularisten sehr gern als Familienfeiertag. Und ich möchte auch nicht vergessen, Herr Ruth Wodak hat jetzt nur diese Kampagne mit dem Kopftuch, auch der Ali-Video-Kampf gegen den Missbrauch. In der Sozialversicherung wurde ein Video gedreht, wo ein sichtbarer Moslem mit dem Namen Ali, der seinen Cousin Mustafa, das ist auch wieder ein muslimischer Name, mit einem Feist. Also da werden antitürkische, antimuslimische Ressentiments bedient, um das Klima zu verschärfen. Martin Engelberg, wie sehr ist die großeste Gefahr, dass man durch diesen Begriff hineinkommt in den Ressentiments und den Vorurteilen gegen eine ganze Glaubensgemeinschaft? Also ich denke, es ist ein gutes Beispiel, wie die Diskussion sich entwickelt für das Problem. Wir werden plötzlich intellektuell versuchen, das Ganze auf der ganzen Welt zu definieren. Was ist politischer Islam dort und da? Versuchen wir es darauf ganz runterzubrechen. Wir haben eine muslimische Bevölkerung in Österreich und jetzt natürlich geht es nicht um einen Pauschalurteil, aber eine muslimische Bevölkerung, wo gerade dieser Tage vom Nationalratspräsidenten in Auftrag gegeben, eine Untersuchung zeigt, dass es hier einen hohen Anteil an antisemitischen Vorurteilen gibt. Wie ich von Umfragen, Untersuchungen aus Deutschland weiß, eine hohe Ablehnung des staatlichen Rechts, also da wird die Scharia über das staatliche Recht gestellt. Das sind Warnsignale. Ich glaube, dass wir uns als Gesellschaft, als westliche rechtsstaatliche demokratische Gesellschaft sind wir verpflichtet, darauf zu schauen. Und ich glaube, das ist der Hintergrund auch dieser Einrichtung, die jetzt da entstehen soll. Ich glaube, wir müssen uns damit beschäftigen. Wir sind damit gefordert. Und wir sollten uns nicht zu sehr in unsere Stereotypen, wie soll man sagen, Haltungen da fangen lassen. Ich glaube, wir sind alle gefordert, uns mit diesem Problem zu beschäftigen, sachlich, zukunftsorientiert. Ich glaube, das sind wir unserer Gesellschaft schuldig. Jetzt Omar Al-Rawi, ich kenne das zum Beispiel aus Belgien. Da gibt es klar Organisationen, die sind Extremisten, das sind politischer Islam in dem Sinn. Die wollen eine Islamisierung des belgischen Staates. Kleine Sekten, da ist dann die Staatssicherheit gekommen, hat die zerschlagen. Gibt es so etwas in Österreich? Nein, ich kenne die Staatsverweigerer, das sind keine Muslime. Aber ich wüsste von, also ich kann jetzt nicht sagen, es gibt keinen, der vielleicht so denken würde. Aber mir liegt, oder ich kenne keine bekannte, nennenswerte Gruppierung, die jetzt in Österreich die Scharia... Islamisierung, die Österreich... Nein, sicher nicht. Na gut, aber Zweifel an den, was Martin Engelberg sagt, dass es Zweifel gibt oder eine unklare Position zum Rechtsstaat und zur Demokratie in der islamischen Community... Also ich glaube auch, das stellt keine infrage der österreichischen Rechtsgerichtsbarkeit und der österreichischen Staat. Ich glaube, dass sehr oft bei diesen Untersuchungen, auch bei diesen Studien, die es da gibt, dass da ein wahnsinniges Missverständnis vorliegt. Ich glaube, dass die Menschen in ihrem Bezug auf ihre persönliche Lebensweise, als Beispiel, ja, Alkohol trinken ist in Österreich erlaubt, ich trinke es nicht aus meiner religiösen Verständnis. Glücksspiel ist erlaubt, ich tue es nicht aus meinem religiösen Verständnis. Wenn jemand einen gläubigen Moslem sagt, was gilt für dich? In seiner persönlichen Entscheidung, dass er kein Schweinefleisch isch, dass er kein Alkohol trinkt, dass er kein Glücksspiel betreibt, hat er in seiner persönlichen Entscheidung sozusagen eine andere ethische Richtlinie hingestellt. Und das hat ja nicht nur religiöse, es gibt ja auch Menschen, die andere weltliche ethische Grundsätze haben, die vielleicht anders sind. Und ich glaube, da liegt immer so dieses Missverständnis bei diesen Ergebnissen, zu sagen, sie stellen ihre religiöse oder die Scharia oder was immer über den rechtlichen Staat. Und ich glaube, das müsste man einmal wirklich die Frage präzise sagen, welche Gerichtsbarkeit gilt für dich? Welches Strafrecht gilt für dich? Gilt für dich die demokratische Ordnung? Und da bin ich überzeugt, dass einfach die Entscheidung ganz eindeutig für den demokratischen Staat fallen würde. Oder die Frage dieser Antisemitismus-Studie, die wir noch nicht jetzt die Details kennen, aber es gibt natürlich in Europa schon Erfahrungen in vielen europäischen Ländern, dass es Antisemitismus, also Israel-Hass und Antisemitismus bei muslimischen Bürgern gibt. Ja, also ich denke, man sollte gegen jede Form von Rassismus und Antisemitismus auftreten. Also ich glaube, das stellt überhaupt niemand in Frage, ob der jetzt von rechts, von links, von Moslems, säkulär oder sonst wo kommt. Ich finde es bedenklich, dass wir jetzt reden über Ankündigungen. Also ich habe versucht, diese Antisemitismus-Studie zu erhalten. Ich schreibe gerade einen Handbuchartikel über Antisemitismus und war sehr daran interessiert, diese Studie mit anderen Studien zu vergleichen. Es gibt ja große Studien in Deutschland aus Bielefeld und von anderen großen Gruppen, Heidmayer und andere. Und ich habe diese Studie nicht bekommen, weil sie noch nicht fertig ist. Dann habe ich mich erkundigt, warum etwas vorgestellt wird, was noch nicht fertig ist. Und wann ich das haben könnte als Wissenschaftlerin, das konnte man mir nicht zusichern. Dann denke ich mir, jetzt rein von der politischen Kommunikation her gesehen, mit der ich mich ja schon viele Jahre beschäftige, dass es bedenklich ist, über Dinge zu reden, die man wissenschaftlich jetzt nicht untersuchen kann. Also wir reden über Antisemitismus, der vor allem oder gehäuft von Muslimen kommt. Wir reden nicht über Antisemitismus, der von Rechtsextremen kommt. Oder vielleicht ist der auch in der Studie vorhanden. Ich weiß es nicht. Und wir reden über ein zu machendes Institut, wo auch niemand weiß, wie das ausschauen soll. Also für mich als Wissenschaftlerin ist das alles schwierig, das einzuschätzen. Und auch zu verstehen, wie das zusammenhängt. Nun zum Antisemitismus direkt. Ich glaube, dass es wichtig ist anzuerkennen, dass es diesen Antisemitismus gibt, der jetzt importiert wird. Das ist überhaupt keine Frage. Ich erinnere mich, dass es ja eine große Studie auch damals von der EU-Agency EOMC gab. Ich glaube 2001 oder 2000 war das. Und die wurde zunächst unterdrückt, weil herauskam anscheinend, dass unter Migranten, Migrantinnen gehäuft Antisemitismus zu finden war. Und man wollte aber diese Wählerschichten nicht verschrecken. Und es war dann die wirklich Danikon Bendit, der im Europäischen Parlament es zustande gebracht hat, dass diese Studie doch veröffentlicht wurde. Und dann wurde eine nächste gemacht, die noch besser war. Und das ist also in dem Sinn nichts Neues. Also wir wissen, dass es diese Einflüsse gibt, dass Menschen aus Ländern kommen, wo sie völlig anders unterrichtet wurden und indoktriniert wurden auch. Ich hatte selbst Studierende, die in Teheran aufgewachsen sind. Ich habe ja lange in England unterrichtet und die noch nie vom Holocaust gehört hatten. Also den gab es einfach nicht. Und sobald sie mit mir aber dann in lange Interaktionen eingetreten waren und sich informiert haben, wussten sie das dann. Antisrael und Antisemitismus fließt da zusammen. Es fließt zusammen. Und ich denke, da ist sehr viel Aufklärungsarbeit notwendig. Und da muss man also mit ganz unterschiedlichen Mitteln da vorgehen. Also das ist wichtig. Also wenn ich da noch einen Satz anfügen darf. Auch im Sinne der Unterschiede und Ähnlichkeiten zwischen rechtsextremen Antisemitismus und Rassismus und diesem Importierten, den wir jetzt erfahren. Weil ja auch der Importierte, wie man weiß, über Ägypten und Mein Kampf, also Verkauf von Hitlers Schriften und Nazischriften, ja letztlich auch da gewachsen ist. Also es ist ja letztlich ein europäischer Export, der jetzt wieder als Import zurückkommt. Gerhard Baumgartner, was ist Ihre Erfahrung? Wie kann man reagieren, sowohl auf den Neuen oder was kann man lernen aus der Auseinandersetzung mit dem alten Antisemitismus, jetzt in der Auseinandersetzung mit dem, was da neu dazukommt? Also zu diesem sogenannten neuen Antisemitismus, glaube ich, es bringt überhaupt nichts zu sagen, sowas gäbe es nicht. Aber ich glaube, wir müssen aufpassen, eines nicht zu tun. Wir müssen sehen, dass erstens dieser, glaube ich, übereinstimmend, sagt man es, es gibt einen relativ hohen Anteil an antisemitischen Haltungen unter Muslimen weltweit, dass das erstens historisch eine neuere Entwicklung ist, also die späten 19. Jahrhundert beginnt. Und zweitens ja nicht zum Wesensmerkmal gehört, dieser Religion. Das ist ja eine Friedensreligion. Und hier wird, glaube ich, das wird, glaube ich, wenn uns das passiert, dass wir plötzlich dorthin gelangen, dass wir sagen, alle Muslime sind tendenziell und das gehört sozusagen zum Wesen dieser Religion, dann haben wir sozusagen den größten Fehler gemacht. Und hier wird einfach nicht unterschieden, glaube ich. Es ist ganz eindeutig, wo sind die wirklich Extremisten in dieser Religion. Die können wir ja sozusagen auch zuordnen. Das sind die Wahhabiten. Das sind vor allem dann diese Salafisten, diese sogenannten, die ja dann wirklich ein Kalifat predigen und auch sagen, nur dort kann man sozusagen noch leben. In einem Kalifat, also wo dann wirklich nur noch die wortwörtliche Auslegung des Koran gilt und wo dann sozusagen noch etliche andere Dinge, aber auch eine sehr obskure Form der Scharia dann für alle Menschen überhaupt gefordert wird. Christliche Sekten gibt es auch nicht. In Amerika gibt es viele christliche Sekten, die ganz, ganz genau machen. Also die gibt es ja, aber interessant ist ja, dass auch die amerikanische Politik genau mit jenem Land, dass diese Form der Religion exportiert, die besten Beziehungen hat. Es ist doch, Entschuldigung, es ist doch Saudi-Arabien, die mit viel Geld genau diese Form unter die Muslime tragen, diese Botschaft unter die Muslime weltweit tragen. Also das ist, glaube ich, darauf sollte man achten, dass man das klar auseinanderhalten kann. Und dann ein Satz noch vielleicht. Wir, in Österreich haben wir doch eine relativ einfache Regelung. Extremismus ist ja in Österreich nicht verboten. Verboten ist es dort, wo es dann mit Gewalt oder mit dem Aufruf zur Gewalt und dann auch gleichzeitig mit terroristischen Formen kombiniert ist. Ja, dort ist es dann, dort fällt es dann wirklich, dort greift dann das Gesetz. Ja, aber sie können ja, natürlich können sie rechtsextrem sein, dass die, also sie dürfen gerne eine rechtsextreme Haltung haben. Nicht? Wir beobachten ja viele Gruppierungen, die sozusagen rechtsextremes Gedankengut in verschiedensten Publikationen verbreiten. Und dort, wo es dann auch sozusagen hinübergeht in den Verbotsbereich, da kontaktieren wir dann regelmäßig natürlich die Bundesstelle für ein paar Klarstellungen. Also klingt super, Islam ist eine Friedensreligion. Christentum ist natürlich, wenn man die Lehre von Jesus nimmt, eine Friedensreligion. Und das hat die Kirche nicht daran gehindert, über Jahrhunderte im Namen der Kirche schwerste Verbrechen zu verüben. Und ich würde einmal sagen, die Realität in allen muslimischen Ländern schaut jetzt nicht so extrem friedlich aus. Die Nummer zwei, wir stehen bei der Studie, von der Frau Wodak spricht, vor einem Problem, dass eigentlich zum Zeitpunkt, wo das jetzt ausgestrahlt wird, was wir hier sprechen, die bereits veröffentlicht sein wird. Das heißt, es gibt einfach, ich glaube, das ist das gute Recht, der Nationalratspräsidenten festzulegen an einem Tag, und es ist der 15. März, das ist veröffentlicht. Und ab dem Moment wird es einen Diskurs dazu geben. Was wir jetzt schon wissen ist, und das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass es im sozusagen traditionellen Antisemitismus in Österreich wir, soweit ich das jetzt mitbekommen habe, einen deutlichen Rückgang gibt gegenüber den Untersuchungen vor 30 Jahren. Und auf der anderen Seite aber ganz klar einen sehr hohen Anteil an antisemitischen Vorurteilen unter Moslems. Und da bin ich auch immer noch ganz klar, versuchen wir das auch nicht zu verniedlichen, dass das mit Israelkritik oder was auch immer zu tun hat. Da gibt es klassisch antisemitische Vorurteile, die ein Reimport sind. Das heißt, es ist der Reimport der klassischen europäischen antisemitischen Stereotype, der wieder importiert wird und der nicht so ungefährlich ist. Das heißt, wir haben in extremen Ausformungen tatsächlich von Anschlägen über Übergriffen im Alltag, Belästigungen. In Deutschland, Berlin haben wir es auch auf YouTube ja miterlebt. Also das sind, denke ich, schon Entwicklungen, die uns Sorge machen müssen. Und wo wir, man soll es nicht dramatisieren, aber ich glaube, man muss es ernst nehmen. Und in dem Sinne finde ich so eine Einrichtung ganz wichtig und Sie haben es auch schon gesagt und ich finde es auch schön, dass Sie es erwähnt haben, bei allem Respekt vor der Arbeit des Dörfs. Ich denke, das ist einfach auch wieder einmal ein anderes Kapitel, glaube ich. Ich bin auch kein großer Anhänger einer Vermischung von möglicherweise Vorurteilen gegenüber Moslems und Antisemitismus, was auch oft passiert. Ich halte das für zwei vollkommen getrennte Dinge. Ich sage immer dazu, nicht alles, was hinkt, ist ein Vergleich und so weiter. Aber eine solche Dokumentationsstelle, müsste die nicht, wenn es offensichtlich um den Islam in Österreich geht, dann ähnlich untersuchen, anti-islamische Vorurteile, Islamfeindlichkeit, die hier Ruth Wodak und diese SOS-Mitmensch-Studie sehr deutlich gezeigt hat, genauso wie Extremismus in der islamischen Community. Also alles, was ich weiß von dieser Studie, ist, dass tatsächlich beide Seiten jetzt untersucht wurden und wir werden die Ergebnisse kennen. Also ich glaube, wir sind akkord, dass es natürlich auch unter Muslime und auch vielleicht unter Migranten, die jetzt gekommen sind, auch Antisemitismus gibt. Die Gefahr, das ist es, was ich gerne, wir müssen aufpassen, dass wir nicht glauben, wir haben den europäischen Antisemitismus überwunden. Das ist jetzt alles weg und die einzige Problematik sind die. Also der Rabbiner Goldschmidt, der jetzt auch diese Jewish-Muslim-Consum mitgegründet hat, im Interview, wo gefragt wird, hat der Antisemitismus in Europa durch die Flüchtlinge zugenommen? Sagt er, von Flüchtlingen selbst kamen sehr wenige Attacken gegen Kunden, stärker aber sind ultra-rechter Parteien geworden, die glauben, sich gegen Migration zu wehren zu müssen. Wir haben jede Grundlage. Ja, diskutieren Sie es gerne mit dem. Die zweite Geschichte, und das ist jetzt die persönliche Erfahrung. Die persönliche Erfahrung zeigt, dass wo immer wir jetzt als Muslime hier in Europa, in Österreich, also ich bin natürlich viel mehr für Österreich, und ich auch selber als Person, alle Aktionen, die wir gestartet haben. Wir haben angefangen, einen muslimisch-schüdischen Dialog zu machen. Wir haben angefangen, dass der Imam Musa Ramazandime mit Schlommenhofmeister nach Jerusalem und nach Istanbul gefahren ist. Ich habe die Synagoge in Bagdad besucht, an die Tage der offenen Tür teilgenommen. Das breit publiziert auf Facebook. Das heißt, Sie sagen, Sie führen einen Kampf gegen Antisemitismus innerhalb der islamischen Community? Ja, natürlich. Also erstens einmal aufzuklären, auch der Freund Rafa Barajati, der es auch eine eigene Predigt, in einer Freitagspredigt zum Novemberprogramm extra auch gemacht hat. Und ich will nur sagen, der Respond und die Reaktionen sind derartig ermutigend, dass es wirklich verschwindend jemanden, der das kritisiert hat, der gesagt hat, warum macht sie das? Warum gehst du in eine Synagoge? Warum führt sie Dialog mit Juden? Warum seid ihr gemeinsam gefahren? Warum wollt ihr gemeinsam essen? Also die Reaktion ist wahnsinnig ermutigend und alle haben kein Problem damit. Und das stimmt mich schon sehr positiv. Eine Frage der Auseinandersetzung. Ja, und das glaube ich schon, auch wenn wir es vielleicht manche nicht relativieren wollen, dass ein Großteil der antisemitischen Ressentimostis unter Muslimen geht, schon sehr stark überfrachtet ist von dem Nahostkonflikt. Und da gilt es wirklich viel Arbeit zu leisten, zu sagen, das muss aufgearbeitet werden. Das darf man nicht mit Judentum und mit Juden zusammentun. Das eine ist ein Staat, das andere ist sozusagen eine Kultur. Und das ist, glaube ich, eine und das, was die Ruth Woder gesagt hat, es fehlt einfach die historische Kenntnis und auch diese historische Verantwortung, die diese Leute nicht mittragen, weil sie selber nichts mitbekommen haben und zweitens nicht selber damit belastet haben. Ich möchte jetzt noch zum Dokumentationsarchiv fragen. Das Dokumentationsarchiv bezieht sich in seiner Forschung und seiner Dokumentation auf die Grundfesten der Republik. Das ist der Antifaschismus, das ist die Überwindung des Nationalsozialismus und die Überwindung der Restbestände, die es in der Zweiten Republik immer gegeben hat. Jetzt gibt es die Kritik, bitte, das kann man, also Islamismus ist doch etwas völlig anderes, ist doch eine andere Dimension. Und wie gehen Sie damit um? Ist das sinnvoll, das in einen Zusammenhang zu stellen? Ist das eine Überhöhung? Was haben Sie da für ein Gefühl damit? Also ich glaube schon, dass man das in einen Zusammenhang stellen kann. Also zuerst muss man vielleicht dazu sagen, wenn man sagt, man nimmt sich das DÖF als Vorbild, dann hoffentlich in einem Bereich nicht, nämlich wenn es um die finanzielle Ausstattung geht. Wir haben ungefähr 19 Mitarbeiter, aber davon bearbeiten zwei Personen diese extremistischen Bewegungen und neonazistischen Bewegungen und Personen. Also das wird wohl nicht so klein gestrickt werden, wenn es jetzt so eine Beobachtungsstelle gibt. Vielleicht gibt es ja dann mehr Finanzmittel auch für das Dokumentationsarchiv. Das wäre natürlich sehr wünschenswert, weil wir natürlich auch in der Beobachtung des Antisemitismus und alles, was in dem Bereich passiert, haben wir seit vielen Jahren auf dem Radar. Natürlich auch dort, wo wir Zugang zu sprachlichen Kompetenzen haben. In letzter Zeit ja vermehrt, weil es ja eine Zusammenarbeit mit den muslimischen Studenten gibt, die da auf uns zugekommen sind, schon vor eineinhalb Jahren. Also da haben wir das de facto schon in unserer Arbeit drinnen. Und wir könnten uns auch ohne weiteres vorstellen natürlich, dass wir das auch bei uns, diesen Bereich, weiter ausbauen. Entweder innerhalb des Rahmens des Dokumentationsarchivs. Oder in Kooperation. Vielleicht ein Wort, die finanzielle Ausstattung des DÖVs steht in keinem Zusammenhang mit der Regierung. Nein, nein, nein. Nein, aber ich meine, es sind nur zwei Personen. Aber in den letzten Jahrzehnten, es wurde jetzt nicht gekürzt. Habe ich ja nicht gemeint. Ich habe nur gemeint, es sind nur zwei Personen. Das sind nicht ganz so wichtig. Auch in der sozialdemokratischen Regierung. Das wurde überhaupt nicht gekürzt. Ich finde es interessant, dass die Regierung jetzt das Dörfer als Vorbild nimmt und die FPÖ es lange Zeit sehr schlecht dargestellt hat und kritisiert hat. Aber ich finde es gut, dass Sie vielleicht jetzt mehr Einsicht dazu haben. Ich finde es wichtig, dass wenn es ein neues Zentrum gibt, dass es unabhängig ist. Genauso wie das DÖV. Das soll wissenschaftlich sein. Und Experten und Expertinnen, womöglich auch ein internationales Board, sollten sich dort bemühen. Ich fände es sehr schade, wenn das nicht der Fall ist, weil es dann sehr angreifbar wird. Hoffen wir, dass das der Fall sein wird. Das war der Islamismus-Dispute im Falter-Talk. Ich bedanke mich sehr herzlich bei Martin Engelberg, bei Gerhard Baumgartner, bei Ruth Wodag und bei Omar Al-Rawi. Die großen Debatten in unserem Land, die finden auch im Falter Niederschlag. Jede Woche, wenn Sie noch kein Abonnement des Falter haben, dann können Sie das auch online bestellen. Das geht über die Internetadresse abo.falter.at. Den aktuellen Podcast und die aktuellen Podcasts können Sie jederzeit abrufen. Es kostet nichts, ist gratis. Am Handy, wenn Sie unterwegs sind, im Auto oder beim Joggen, wenn Sie joggen. Das geht ebenfalls über das Internet und zwar über die Adresse www.falter.at. Ich verabschiede mich, bis zur nächsten Folge. Sie hörten das Falter-Radio, den Podcast mit Raimund Löw. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.